Bei der Methode Kärtchentisch ist Ausgangspunkt der Vorbereitung, ein geeignetes Material wie einen Text oder ein Video zu finden. Im zweiten Schritt werden dann Karten mit den zentralen Begriffen aus dem Material digital vorbereitet. Dafür kann man ganz einfach mit onko.de arbeiten. Onko ist werbefrei und man muss sich nicht anmelden. Insofern ist das unproblematisch im Hinblick auf den Datenschutz. Um ein entsprechendes Onko zu gestalten, wähle ich zunächst aus, was ich machen möchte. Wir brauchen in diesem Fall die Kartenabfrage. Wir könnten nun ein Passwort setzen. Das brauchen wir aber in diesem Fall nicht, weil die Schüler damit direkt arbeiten sollen. Auch eine Aufgabenstellung wäre denkbar. Die brauchen wir aber ebenfalls nicht. Das heißt, wir können die Onko-Kartenabfrage direkt erstellen. Wir können nun unter onko.de mit dem Code 4PCV oder unter dieser Webseite oder mit diesem QR-Code weiterarbeiten und darüber dann später unsere Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen lassen. Im ersten Schritt der Vorbereitung muss ich die Begriffe eingeben, die die Schüler sortieren sollen. Dafür muss ich mich auch mit dem Code anmelden und nutze jetzt den Schülermodus. Bei dieser Kartenabfrage soll es um Tiere gehen, die die Schülerinnen und Schüler sortieren sollen. Dafür muss ich die verschiedenen Begriffe vorher eingeben. Ich könnte den Begriff jetzt auch löschen oder direkt an die Tafel schicken, könnte unterschiedliche Farben eingeben, je nachdem, wie ich das für meine Methode am besten machen möchte. In diesem Fall würde ich nicht farblich unterscheiden, sondern alle gelb lassen, damit meine Schülerinnen und Schüler selbst sortieren müssen und nichts aus der farblichen Codierung ablesen können. Wenn ich alle Begriffe richtig eingegeben habe, kann ich sie direkt an die Tafel schicken. Wenn ich jetzt noch nicht alle Begriffe richtig eingegeben hätte, könnte ich erneut in den Schülermodus gehen. Da ich aber alle Begriffe richtig eingegeben habe, kann ich in den Lehrermodus gehen und mich zu meiner Onkotafel begeben. Dann kann ich im ersten Schritt deaktivieren, dass keine weiteren Begriffe mehr an die Tafel geschickt werden können. Nun habe ich die Möglichkeit, diese Begriffe zu sortieren. Ich könnte beispielsweise die Häufigkeit verändern, mit der ein Begriff genannt wird. Diese Funktion brauchen wir jetzt nicht. Ich kann Begriffe natürlich löschen. Ich kann sie erneut bearbeiten. Oder ich kann entsprechend auch die Farbe ändern. Ich kann zusätzliche Begriffe und Überschriften einfügen. Ich kann Pfeile ergänzen, natürlich alles wegwischen, die Kartenabfrage später als Bild speichern oder eben auch Karten aus einer anderen Abfrage importieren. Vor allen Dingen kann ich am Ende ein Duplikat dieser Abfrage erstellen. Methodisch können wir hier variieren. Wir können jetzt alle Begriffe sortiert oder unsortiert vorbereiten, je nach didaktischer Zielsetzung. Dann erstelle ich am Ende pro Gruppe ein Duplikat dieses Onkot. Ganz wichtig ist dann, sich entsprechend den neuen Code zu notieren, wo genau diese Duplikate zu finden sind. Das wird unten nur kurz angezeigt. Die Gruppen können sich dann mit dem entsprechenden Code anmelden und sind quasi als Lehrer unterwegs. Sie können dann überlegen, wie kann ich die Tiere sortieren. Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ah, okay, Pferd und Fohlen, das gehört ja dann irgendwie zusammen. Das Kalb ist eher auf der Kinderebene und die Kuh gehört entsprechend dazu. Dann können Sie noch sagen, der Welpe und der Hund, das gehört zusammen. Sie können dann die Tierkinder in einer Farbe markieren und eben auch differenzieren und die Haustiere von den Nutztieren trennen. Diese Begriffe können Sie dann ergänzen und die Zuordnung der Eltern zu Ihren Kindern mit Pfeilen vornehmen. Schließlich können Sie dann die Überschriften passend zuordnen. Sie können diese natürlich auch in der Schriftgröße ändern, sie editieren oder auch löschen, je nachdem, wie Sie das brauchen. Ganz am Ende kann das Bild dann entsprechend gespeichert werden, um den Kärtchentisch mit in die nächste Arbeitsphase zu nehmen. Dort wird die entsprechende Grafik inhaltlich vorgestellt und verteidigt. Den Code muss sich die Gruppe merken, damit sie in der nächsten Runde ihren Kärtchentisch möglicherweise überarbeiten kann.